versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen habe ich gesagt es geht weiter mit call of duty 2 so ist es nun auch wir schauen uns mal an wie es in moskau 1941 war ich nehme an es wird erstmal wieder eine training session 1939 die deutschen armeen beginnen mit ihrem angriff auf europa als erstes fällt polen dann dänemark norwegen frankreich belgen luxemburg und die niederlande wir schreiben das jahr 1941 mit mehr als sieben millionen einheiten wenden sich die deutschen nach osten und beginnen mit der invasion der sowjetunion mit ihrer blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen verteidigungen in weniger als vier monaten erreichen sie die hauptstadt moskau ohne weitere verstärkungen muss sich die sowjetische verteidigung moskaus auf tausende junger rekruten verlassen die sich nun in der eiseskälte des russischen winters den gut ausgebildeten deutschen einheiten stellen müssen 16 dezember 1941 22 uhr moskau schnee minus 15 grad ein paar stunden stoße ich zu unseren genossen bei der verteidigung von moskau die deutschen haben sich bis auf ein paar kilometer der stadt genährt und viele bürger auch die meisten meiner verwandten wurden von den deutschen artillerie getötet wenn ich auch bis heute nie ein gewehr in den händen gehalten habe bin ich bereit es zu lernen um zu tun was ich muss um unser land gegen die deutschen zu verteidigen private also ich glaube bei den russen hieß es wahrscheinlich ein bisschen anders was sie die kosloff 13 wacht division willkommen bei der grundausbildung genossen tun sie zu überleben genau das was ich ihnen gleich sagen werde jetzt gehen sie rüber zum tisch und nehmen sie die waffen sie müssen schneller sein genosse und sie benötigen eine echte waffe wenn sie feinde töten wollen achten sie auf den kompass der stern auf dem kompass zeigt den standort des momentanen ziels an nun zum lager und holen sie sich eine pistole und ein gewehr los die waffen sind auf dem tisch genosse jetzt melden sie sich bei kommissar ledlef los sehr gut genosse vergessen sie nie den sterren auf ihrem kompass um ihre ziele zu erreichen ok was sie liegt lassen sie mal sehen wie gut sie zielen wie sie denn sie einen der teddy bären an gut jetzt schießen sie auf den anderen die stollen und maschinenpistolen sind auf kurze distanz gut genosse aber für die stanzschüsse ist ein gewähr besser geeignet kommen sie zum schießstand schießen sie auf die flaschen und der stellen sie sich vor ist seine feind benutzen sie die zielvorrichtung was sie liegt so können sie genauer schießen nicht übel nicht übel sehr gut genosse gut gemacht das reicht mal silly so mal sehen wie sie sich unter druck schlagen sie haben 15 sekunden um die helme zu treffen bereit was soll das denn warum was kommt denn da das war ja schlecht gut genosse jetzt kommen sie her und schlagen die puppe mit ihrem gewehr hätte klappen können das war echt nicht so geil das reicht jetzt genossen kommen sie her und nehmen sie eine granate das sind kartoffeln genosse kommissar warum benutzen wir kartoffeln anstelle echter granaten weil echte granaten teuer sind ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert als sie es sind und natürlich genosse kommissar mein fälle jetzt werfen sie eine kartoffel auf die markierten zielbereiche äh ja wie wechsel ich auf kartoffeln g oder m mit g oder mittlerer maus da werfen sie eine durch die tür was sie lieb guter wurf nicht übel nicht übel nicht übel ah guter wurf genosse kommissar genosse kommissar wir haben einen gefangenen kommen sie her und werden von halbketten hinter unsere linie sind sie draußen vor und dort haben sie da bestimmt auch noch mobile artillerie ein deutscher angriff formiert sich im südosten es sieht ernst aus hören sie genossen im osten im keller eines hauses ist ein waffenlager gehen sie dorthin und nehmen sie sich munition und vorräte ich kümmere mich um unseren gast denken sie an das was sie gelernt haben viel glück ja ich würde mal sagen ich würde mal sagen ich würde mal sagen das wird gerade wieder ganz schön laut glaube ich wir werden ein paar Panzerwerfer ausschalten genossen schnappt euch eine MP und ladet erstmal nach stellt immer sicher dass ihr ein volles magazin habt bevor ihr in die schlacht zieht da hinten Entschuldigung. Da drüben, bei dem Halbkettenfahrzeugen. Wir machen noch Fettig. Die Kommunisten lehnen wie die Arme als. Meine Waffe ist leer. Lade nach dem Feind. Fisch was anderes. Ja, ich hab schon gewöhnt. Wir müssen einen Weg um das Tor herum finden. Ja, also ich werd mal gucken. Kommunisten. Feindlich infalllich. Da drüben, bei diesen Fässern. Blöck die Sowjets auf. Er wurde getroffen. Schleifchen drücken. Am Kellerfenster. Rechte Seite. Na, Stabil hat er den Kopfschluss überlegt. Kommunisten. Feinde. Er hat geschoss. In diesem Zelt der Deckeweinde. Feuer, Herr, schnell. Schleifchen drücken. Ich muss nachladen. Oh. Sovjetische Trompeln. Ich muss nachladen. Oh. Aber. Was geht's? Feindlich infall, dring! Der will den Sonn weg. Was? 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 Ist das das Schlimmste wirklich, dass es Kommunisten sind, oder was ist denn der Panzerwerfer? Was ist denn der Panzerwerfer? Genau. Der Krieg ist eine Reihe von Katastrophen, die zu einem Sieg führen. George Clemscher. Ja! Und damit starten wir das neue Spiel. Ich habe gerade leider nicht so viel Zeit, weitere Folgen aufzunehmen, aber die werden kommen, deshalb gibt es jetzt erstmal nur eine kurze Folge, als eine steht mit dem Training. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gucke ich auch mal, wie das mit dem Sound passt und so, und dann gibt's beim nächsten Mal besseren Sound. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, Däumchen hoch, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschau tschau!